Willkommen, liebe Freunde, zu einem kurzen Einblick in die Welt des Rollenspiels. Heute wollte ich mit einem kurzen und schnell gefertigten YouTube-Video die Frage klären, was Shadowrun ist. Ich habe diese Frage in drei aufgeteilt. Der erste Teil ist für die Uninitiierten, der zweite gibt einen Überblick über den Lore und der dritte ist ein kurzer Regelüberblick. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Was ist eigentlich Pen & Paper RPG? Ich will diesen Teil kurz halten, weil wahrscheinlich die meisten von euch bereits genau wissen, worum es hier geht. Nämlich um eine Art von Spiel, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine fiktive Welt eintauchen und die Rollen von Charakteren übernehmen. So eine Art Laientheater. Das Spiel funktioniert so, dass von einem Spielleiter, Spielleiterin eine Geschichte erzählt wird, die von den anderen, welche jeweils Individuen in dieser Geschichte darstellen, gelebt wird. Die Spielleitung stellt Rätsel auf und Herausforderungen, die bewältigt werden sollen, etc. Und das Ganze findet halt verbal statt und die Daten werden auf Papier festgehalten. Welche populären Rollenspiele gibt es da draußen? Also das bekannteste Pen & Paper RPG ist Dungeons & Dragons. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Und daraus entstanden ist halt Pathfinder. Dann gibt es noch andere ältere wie Call of Cthulhu. Und natürlich das Thema, das wir hier behandeln, Shadrion. Und Shadrion ist im Gegensatz zu den anderen weder Fantasy noch Horror im speziellen Sinne, sondern Cyberpunk. Und jetzt die letzte Grundsatzfrage, dann will ich auch zum nächsten Punkt. Was ist Cyberpunk? Cyberpunk ist ein mediales Genre, das eine düstere und technologiegetriebene Zukunft beschreibt, in der meist Megakonzerne die Staatsgewalt übertroffen haben und soziale Ungleichheit in übervölkerten Städten für den Verfall sämtlicher Strukturen sorgt. Das Schlüsselwort hier ist High-Tech Low-Life, was im Prinzip bedeutet, dass hochentwickelte Technologie mit menschlichem Körper verschmolzen auf beängstigender Weise ihren Schauplatz in einer von Armut geprägten, offensiv-gewalttätigen Welt hat. Nun zu dem groben Lore-Überblick, die Welt von Shadrion. Da muss ich erstmal eine Sache korrigieren, nämlich Shadrion ist nicht rein Cyberpunk, sondern auch Fantasy. Grob zusammengefasst könnt ihr euch ein Crossover von Blade Runner und Herr der Ringe vorstellen. Also eine Welt, in der Magie, Technologie und mystische Wesen koexistieren. Das Ganze halt in einer düsteren, nahen Zukunft, eine Dystopie, in der besagte Megakonzerne um die Hegemonie, die Vorherrschaft in der Welt kämpfen, sei es finanziell in der Börse, politisch in Kartellen oder tatsächlich offensiv-militärisch auf dem Schlachtfeld. Und tief in den Schatten dieser neo-absolutistischen, hyperkapitalistischen Endzeit bewegen sich die sogenannten Schattenläufer, die Shadowrunner, die meist für einen geringen Sold von diesen Konzernen wiederum andere Konzerne angehen, infiltrieren und sabotieren. Die Motivationen dieser Shadowrunner sind verschieden. Das können Öko-Terroristen sein, das können antikapitalistische Punks sein oder einfach nur Aussteiger, die verstanden haben, wie sie das System austricksen können. Nun zu dem Lore von Shadowrun. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht, die Kosmologie von Shadowrun, aber ich gebe euch hier gerne noch eine kurze Zusammenfassung. Die Grundidee ist, dass wir in einer Welt leben, in der magie in Zyklen von 5000 Jahren Wirklichkeit wird. Die letzten 5000 Jahre waren demnach eine Ebbe ohne Magie und seit grob dem Millennium erstarkt diese wieder. Und es gibt sowas wie Schamanen, hermetische Magier etc. Die ganzen Wu-Wu-Leute, Pseudo-Zauberer und Trickser von damals haben plötzlich in Shadowrun tatsächlich aufgrund der Rückkehr der Magie die Fähigkeit, diese zu wirken. Mit der Magie sind auch die sogenannten Metatypen zurückgekehrt durch die sogenannte Goblinisierung. Zum neuen Jahrtausend sind in Shadowrun von menschlichen Familien Orks, Elfen, Trolle und Zwerge hervorgekommen. Spulen wir das Ganze ein paar Jahrzehnte weiter, landen wir also im 2030, 2040 und so weiter und packen wir den Faktor Kapitalismus gone mad dazu, haben wir höchst instabile Gesellschaften, die sich prinzipiell nur in einer Sache ähneln, nämlich ihrer gemeinsamen Indoktrinierung zur willenlosen Konsumliebe. Ihr merkt schon den Tenor von Shadowrun, der ist ziemlich Punk. Neben dem Rückkehr der Magie haben wir noch das Entstehen einer Version des Internets, die sich Matrix nennt. Das ist im Prinzip das Internet, das man aus den Hackerfilmen der 80er und 90er kennt. Diese actionreichen virtuellen Welten, in denen man nicht irgendwelche Codes eingibt, sondern gegen Türme von Pixeln kämpft und mit seinem Avatar durch Schluchten von Server-Türmen schwebt. Das Rollenspiel, Pen-Paper-Spiel Shadowrun ist Ende der 80er entstanden. Da gab es die erste Edition. Wir sind mittlerweile 2023 bei der sechsten Edition. Jede einzelne Edition hat im Groben einen Sprung von zehn Ingame-Jahren gemacht und die entsprechende Historie dazu gepackt. Schlüsselereignisse, die zwischen den einzelnen Editionen entsprechende Regeländerungen rechtfertigen, wie zum Beispiel dem Wegfall von verkabelter Technologie zu hauptsächlich Wireless-Geräten oder der exponentiell gesteigerten Vielfalt der wählbaren Spezies durch ein hochmagisches Ereignis. Man kann dann von Yetis über Feen und japanischen Onis bis zu sonst was für Metatypen wählen. Womit wir beim letzten Abschnitt dieses Videos wären, einem groben Regelüberblick. Wenn man einen Charakter erschafft, dann hat man erstmal vor Augen die Frage, welchen Archetypen wählt man. Da gibt es die Decker. Das sind eigentlich Hacker, die ein sogenanntes Deck mit sich führen. Dieses Deck ist das Computersystem, das ihnen erlaubt, virtuell in die Welt der Matrix einzudringen, um dort Daten zu stehlen, Sicherheitssysteme zu überwinden, etc. Dann gibt es die Straßensamurai. Das ist der ordinäre Kämpfertypus, der sich in der Regel mit kybernetischen Organen selbst verbessert, um seine Kampffertigkeiten, sei es nah oder im Fernkampf, zu optimieren und so den Schutzengel, den Bodyguard für seine Gruppe spielen zu können. Dann gibt es natürlich die Magier mit den verschiedensten Traditionen. Die akademisch geprägten hermetischen Magier, dann die eher intuitiv geprägten Schamanen und auch alle Glaubensrichtungen haben, so ihre magischen Traditionen, etc. Im Prinzip wirkt das aber regeltechnisch alles gleich. Dann gibt es die Rigger. So wie die Decker haben diese sich der Elektronik verschrieben, jedoch nur um sich auf Fahrzeuge und Drohnen zu spezialisieren. Rigger halten ihren eigenen Körper meist aus dem Spiel raus und nehmen an den Missionen über Proxys bzw. Drohnen teil oder sitzen gut gepanzert und geschützt in ihrem Fahrzeug, mit dem sie dann die sichere Flucht garantieren können. Dann fällt mir gerade noch nur sowas wie FaZe ein, also der Social-Charakter, der sich nicht auf Kampf spezialisiert, sondern darauf in Gesprächen mit seiner Überzeugungskraft oder ihrer Überzeugungskraft, ihrem Charisma, Türen zu öffnen und Informationen zu beschaffen. Nun zu der Charaktererschaffung. Diese funktioniert üblicherweise über ein Prioritätensystem. Man definiert erstmal eine Rangfolge von Kategorien, die einem am wichtigsten ist. Zu diesen Kategorien gehören die Spezies, die man spielen will, die finanziellen Mittel, die man haben will, die Attribute, die Fertigkeiten und die Magie. Solche Dinge halt. Und je nachdem, wie man gewählt hat, kann man dann entsprechend die tollsten Sachen aussuchen oder hat dann halt nur noch sehr wenig Punkte, um sie dafür einzusetzen. Zum Beispiel, wenn man die niedrigste Priorität auf den Metatyp, die Spezies legt, dann kann man sich auch meistens nur noch für den Typus Mensch entscheiden. Möchte man also einen Magier spielen, legt man die Priorität A, also die höchste, wohl auf Magie. Nun ein paar Worte zur Würfelmechanik und dann sind wir auch schon durch. Diese basiert in Charon auf einem Würfelpool, der meist relativ groß ist, aus sechsseitigen Würfeln. Keine W20 oder so, nur sechsseitige Würfel, ordinäre W6. Und es ist, wie bereits angedeutet, keine Seltenheit, wenn die Hände voller W6 sind, 10, 15 Würfel auf einmal geworfen werden müssen, um festzustellen, ob man den Schaden eines Schusses abwenden konnte oder die Außenwand eines Gebäudes zu erklimmen geschafft hat. Was Erfolge und negierende Erfolge, Misserfolge und Patzer etc. sind, das ändert sich von Edition zu Edition zum Teil deutlich. Und die Zahl der Würfel für einen solchen Würfelwurf definiert sich in der Regel aus der Summe zwischen dem in diesem Fall relevanten Attributwert und dem Fähigkeitswert. Zum Beispiel, wie beim Fall Klettern, die Fähigkeit Klettern und das passende Attribut wäre dann Geschick oder Körperkraft. Und damit wären wir auch schon durch mit dem groben Überblick zum Rollenspiel Shadowrun. Sorry für das vielleicht lustlos wirkende Video nebenbei, aber wie eingangs gesagt, das sollte jetzt nur ein quick and dirty, schnell produziertes Video sein, das hoffentlich seinen Zweck erfüllt hat und für euch die gröbsten Fragen zumindest klären konnte. Falls ihr noch ein Video zu irgendeinem näheren, bestimmten Aspekt wünscht, einfach in die Kommentarsektion schreiben. Ich würde mich wundern, wenn ich nicht darauf eingehen würde und auch dazu ein Video mache, das vielleicht etwas professioneller wirkt. Vielen Dank und bis dann. Viel Spaß beim Rollenspielen.